Froniplag-Wiki ist ein am 28. März 2011 auf der Wikifarm Wikia gegründetes Wiki, das verschiedene Hochschulschriften, hauptsächlich Dissertationen, untersucht, die unter Plagiatsverdacht geraten sind. Die Dokumentationen lösten teilweise Überprüfungen durch die zuständigen Fakultäten mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen aus. In einigen Fällen führten die anonymen Vorwürfe zur Aberkennung des Doktorgrades, in anderen Fällen wurden die Plagiatsvorwürfe zurückgewiesen. Froniplag-Wiki, das aus dem Umfeld des guten Plag-Wikis entstand, ist nach Edmund Stäubers Tochter Veronika Saas benannt, deren Dissertation als erste untersucht wurde. Bis Anfang Januar 2016 erhöhte sich die Zahl der namentlich genannten untersuchten Arbeiten auf 147 Dissertationen und acht Habilitationsschriften, darunter nur noch wenige von Politikern. Entstehung und Vorgehensweise Am 5. April 2011 veröffentlichte Froniplag-Wiki eine Pressemitteilung zur Dissertation von Matthias Prüfrock, in der die Mitarbeiter aus dem Umfeld des guten Plag-Projektes programmatisch ausführten. Am 19. April 2011 folgte ein Bericht zur Dissertation von Silvana Koch-Merin, in dem die Mitarbeiter Arbeitsweise und Grundlagen des Projekts dokumentierten und vorläufige Ergebnisse benannten. Die Vorgehensweise zur Dokumentation und Überprüfung der einzelnen Plagiatsfundstücke, Fragmente, genannt, beschrieb das Wiki darin. Folgendermaßen, wie in seiner Online-Form veröffentlichte das Wiki auch in dem Bericht Synopsen einzelner Textpassagen der betroffenen Dissertation mit Auszügen aus anderen Schriften. Das Wiki visualisiert seine Überprüfungsergebnisse in Form von Grafiken, auf denen abstrakt der Anteil der Seiten einer Hochschulschrift dargestellt wird, auf denen ein oder mehrere Plagiate gefunden wurden. Diese Grafiken werden aufgrund ihres Aussehens als Barcodes bezeichnet. Zur Quantifizierung und zum Vergleich der Plagiatsfunde gibt das Wiki die Seiten mit gefundenen Plagiaten auch als Prozentsatz an. Dazu wird der Anteil der Seiten mit Plagiatsfunden an den gesamten Textseiten einer Arbeit berechnet. Das Froni-Plug-Wiki startete am 28. März 2011 um 12.12 Uhr durch die Initiative von Martin Heidingsfelder. Wenig später wurde diese Initiative von zahlreichen anderen Freiwilligen aufgegriffen. Im Froni-Plug-Wiki selbst wird nicht zwischen der Startinitiative und den anderen Freiwilligen in der Gründungsphase unterschieden. Hier wird von mehreren Gründern gesprochen. Auswirkungen Bisher wurde 26 Personen im Nachgang einer Dokumentation auf Froni-Plug-Wiki der Doktorgrad von der zuständigen Fakultät aberkannt. Eine Person verlor ihren Grad Master of Advanced Studies. In zwei weiteren Fällen, dem des Politikers Wolfgang Dieppel sowie der Fernsehdarstellerin Sarah Sophie Koch erfolgten Aberkennungen nach. Parallel durchgeführten universitären Untersuchungen noch vor der Veröffentlichung der Analyseergebnisse auf der Hauptseite des Wikis. Unter den ersten betroffenen Verfassern sind folgende bekannte Personen. 15. Juni 2011 Silvana Koch-Merin 6. Juli 2011 Matthias Prüfrock 5. März 2012 Bijan D.J.R. Sarai 22. März 2012 Jorgo Cetze-Markakis 18. April 2012 Margarita Matsiopoulos 18. April 2012 Siegfried Thaler Weitere Aberkennungen sind auf einer Übersichtsseite im Froni-Plug-Wiki vermerkt. Am 19. Juni 2012 zogen der Nomos und UTB Verlag eine kurz zuvor erschienene Einführung in juristische Arbeitsmethoden unter Hauptautorschaft von Bernd Holznagel aufgrund von Plagiatsvorwürfen von Froni-Plug-Wiki zurück. Die Primotionsschrift eines weiteren Mitautors des Studienbuches nahm der Nomos Verlag in der Folge im Juni 2012 ebenfalls aus dem Handel. Ab Juli 2012 wurden die Dissertationen beider Mitverfasser von der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster geprüft. Im Mai 2013 erfolgte in beiden Fällen die Aberkennung des Dr. Graz. Bei folgenden sechs Personen beurteilten die Fakultäten die durch Froni-Plug-Wiki erhobenen Plagiatsvorwürfe als nicht ausreichend für eine nähere Untersuchung der Arbeit oder Aberkennung des akademischen Grades. In vier dieser Fälle wurden jedoch handwerkliche Mängel, Unregelmäßigkeiten oder wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt. 24. November 2011 Ulf Teichgräber 22. Dezember 2011 Patrick Sensburg 21. April 2012 Nalan Kaihan 12. Juni 2012 Detlef Denat 18. Januar 2013 Jürgen Goldschmidt 7. Februar 2013 Daniel Volk Ein Nutzer des Froni-Plug-Wiki startete den Blog Schawan-Plug, der den Umfang der Plagiate in der Doktorarbeit von Annette Schawan offenlegt, nachdem man sich im Froni-Plug-Wiki gegen eine Veröffentlichung der Plagiatsvorwürfe entschieden hatte. Schawans Doktortitel wurde ihr später wegen des Tatbestand einer vorsätzlichen Täuschung durch Plagiat entzogen und sie trat als Bundesministerin für Bildung und Forschung zurück. Kritik Im Fall der Dissertation von Veronika Saas wurde im Guten-Plug-Wiki diskutiert, ob ein öffentliches Interesse an der öffentlichen Dokumentation eines Betrugsfalls in einer Dissertation auch dann gegeben ist, wenn die Verfasserin keine Politikerin bzw. Person von öffentlichem Interesse ist. Es wurde darauf hingewiesen, dass über das Wiki vor allem Urheberrechts- und Regelverletzungen konservativer und liberaler Politiker bekannt geworden seien. Das jedoch wäre, so der Verfasser weiter, bei einem offenen Wiki nur schwer von oben herab durchsetzbar. Dennoch warfen Kritiker Froni-Plug-Wiki vor, politisch motiviert zu sein, und mutmaßten, dass sich die Mitglieder dem linken Milieu zugehörig fühlen. Froni-Plug-Beiträger bestritten jedoch eine politische Zielsetzung des Projektes. Mit der Untersuchung der Doktorarbeit eines ehemaligen Juso-Kreisvorsitzenden nahm Froni-Plug Anfang Juni 2011 erstmals die Untersuchung der Doktorarbeit eines SPD-Mitgliedes auf. Zu einem der am häufigsten vorgebrachten Vorwürfe gehört die in verschiedenster Form geäußerte Kritik am anonymen Vorgehen der Beitragenden. An Froni-Plug-Beteiligte rechtfertigen ihre Anonymität damit, dass es in der Wissenschaft egal sein müsse, wer etwas sage. Es komme nur auf das Gesagte an sich an. Zudem würden berufliche Nachteile und Einschüchterungen befürchtet, gerade auch unter Froni-Plug-Beitragenden, die selbst Wissenschaftler seien. Zu einigen Kritikpunkten hat eine der Aktivistinnen von Froni-Plug-Wiki, Deborah Weber-Wulff, in einem Interviewstellung genommen. Kritik basiert weiterhin auf der Annahme einer fehlenden Rechtssicherheit gegenüber Plagiatsvorwürfen, es stelle sich die Frage der Verjährungsfristen. Eine mangelnde Rechtssicherheit und entsprechende Verjährungsfristen werden von Gerichten jedoch verneint. Weiter wird propagiert, Froni-Plug sehe seine Zitierregeln als die einzig verbindlichen an und ignoriere, dass diese Regeln sich im Laufe der Zeit verändert haben. Die Motivation wird verglichen mit dem Idealismus von Rentnern, die Falschparker aufschreiben. Auch hierzu stellen Gerichte jedoch fest, dass es sich nicht um Kavaliersdelikte handelt, sondern um arglistige Täuschungshandlungen. Mitunter Unterbruch einer eidesstaatlichen Versicherung. Zitierregeln haben sich nicht nachträglich geändert, vielmehr seien wortwörtliche Übernahmen grundsätzlich als solche kenntlich zu machen. Auszeichnung Siedlerpreis für freies Wissen 2012 in der Kategorie Externes Wissensprojekt des Jahres, verliehen von Wikimedia Deutschland. Siehe auch Liste deutscher Dissertationen mit Plagiaten Siedlerpreis für freies Wissen 2012 in der Kategorie Externes Wissen 2012 in der Kategorie Externes Wissensprojekt des Jahres, verliehen von lovely Kategorie Externes Wissen im Auftrag des Wissens. Siehe auch Die Kategorie Externes Wissen Siehe auch Siehe